Warum diese Schokoladrie mit Schaubackstube? Warum zeigen, was wir machen? Es geht einfach auch darum, einen Ort zu schaffen, wo verschiedene Sachen zusammenkommen. Also mir war immer wichtig zu zeigen, was ich in den letzten Jahren in den verschiedenen Betrieben in Paris, in München, Wien oder auch in Elsass mitbekommen habe. Es geht um die Einfachheit fürs Auge, die Schlichtheit, dass man, wenn man drauf schaut, das Ansprechen ist ohne viel auszunehmen. Bis zum nächsten Mal. Es geht um diesen Moment, den man sich gönnt, sich hinzusetzen und eine Kreation, ein Törtchen, wirklich zu genießen. Ich finde es schön, dass wir uns beim Auge Arbeiten zusehen können, um einfach zu sehen, okay, es ist viel Arbeit, viel Detailarbeit und es ist einfach schön, wenn man Menschen beobachten kann, die bei der Arbeit sind und wirklich voll und ganz bei dieser Arbeit sind. Ich finde es schön, dass wir uns bei der Arbeit sind. Ich finde es gut, dass wir uns bei der Arbeit sind. Ich finde es gut, dass wir uns bei der Arbeit sind. Es geht mir darum, nicht viel verschiedene Sachen zu haben, sondern die Sachen, die wir machen, auf die konzentrieren wir uns. Ich finde es gut, dass wir uns bei der Arbeit sind. Schokolade macht glücklich. Ich finde es gut, dass wir uns bei der Arbeit sind. Untertitelung des ZDF, 2020